Revi, weißt du, was heute passiert? Nein, Stein, was passiert heute? Du warst heute Lucky Dog Profi! Ach, Junge, nee, Alter. Nee, 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 da springe ich freiwillig runter, Junge, da hab ich gar keinen Bock drauf. Auf Wiedersehen, ja! Du siehst es richtig, wie ich bin heute Lucky Dog Ways. Hab ich schon mal auf meinem und auf deinem Kanal sogar auch gebracht. Kannst du dich noch erinnern? Hallo? Ja, ich erinnere mich, Stein. Und, äh, es war cool, ne? Ja, komm, lass anfangen. Okay, komm. Ey, Junge, hör auf! Hallo, wir müssen 1-2-Items sammeln. Du musst das Konzept erst verstehen. Das ist ein schwieriges Konzept. Wir haben auch mit den ganzen Developern hierüber gesprochen und so. Ja, okay. Okay, okay. Guck mal, ich hab Revi. Warum hast du... Digga, ich hab ein jenes Bogen, Alter. Junge, nein! Ey, das vergiftet mich auch noch. Was soll denn die Scheiße? Revi, so... Ja, du wolltest kämpfen. Ich glaube, du bist tot. Junge, ist das... Belastend, Alter. Ach, ich freu mich auf das heutige Video, weißt du? Ich hab gar keinen Bock darauf, ich wär lieber tot. Hör auf. Ja, okay, dann töte ich dich. Nein. Junge. Ja, Revi, du wolltest es nicht anders. Ey! Digga, ich... Loll! Hahaha, Bot. Ich komme nicht weiter. Du scheiß Bot. Ja, du Bot. Du bist ein Bot, du bist ein Bot. Ich muss jetzt nicht... Ey! Oh, nice hit. Da bist du wohl runtergefallen. Hör auf! Und ich hole mir hier was Besonderes. Achtung, was kommt. Ja, toll. Ne Menge TFT. Ey, gibst du noch? Meine Bahn ist kaputt gegangen. Wo bist du? Ja, meine Bahn ist kaputt. Ja, ich geb uns Blöcke. Give it a stone 64. So. Jetzt können wir uns rüber bauen. Mann, wieso mach ich das immer? Wieso mach ich mal sowas mit? Ich versteh doch überhaupt nicht, was hier passiert, Stein. Du weißt, Lucky Block feuert jeder, ist der neue Trend. Weißt schon immer, Michael, Lucky Block. Du weißt, es ist einfach anders. Weißt du, es ist nicht einfach die Survival Games überleben und so. Jungs, das ist ja auch nicht... Aber... Hehe, Black Block. Dann, hab ich vielleicht einfach nur schlechte Blöcke von dir bekommen? Nein. Man hat auch mal Pech geblieben. Was hab ich gemacht? Du hast eben so einen scheiß OP-Lounger. Da stimmt irgendwas nicht. Wie OP-Lounger? Mich hackern. Zombie runter... Ey, wirklich. Ey, Stein. Ich hab nix getan. Das ist ultra belastend für mich. Ich hasse das hier. Wie oft hab ich dich nebenan gelogen? Erzähl ich mir. Dieser Zombie hat eine riesige Waffe, Alter. Du kannst ihn runter... Ich kick ihn jetzt runter, okay? Ja, hab ihn. Ich hab nicht mal ein Schwert. Schon wieder ein Bedrock-Block. Stein, ich schwör, ich hab hier nur Müll. Das sind okay. Stein, ich kriege nur schlechte Sachen. Ich steck gerade wieder in der Lava fest. Guck mich an. Du fließt und ich hänge in der Lava. Stein, das ist doch nicht... Du hast hier irgendwas eingestellt. Der hat so feiße bekommen. Hallo, Bruder. Stein. Ich würd dich niemals anjügeln. Stein, ich hab kein Wort, die nur Scheißwörter zu bekommen. Ich sterbe nicht. Oh mein Gott, ich kill mich einfach selber, Alter. Kannst du mich einfach killen, bitte? Bring mich endlich um. Kill, Reven, Stein. Nein. Ja. Hast du Gottwort back? Ja, ich glaube schon. Ja. Toll, es ist alles weg, was wir uns gerade hier bekommen haben, ne? Ja, und? Alles ist weg. Ist doch gut. Wir müssen von neu anfangen. Nein, dann nehm ich die andere Seite diesmal. Nein. Doch. Nein, die rote ist immer mein Video. Es ist ne Tradition. Und die wird auch eingehalten. Ich will aber nicht wieder nur Scheißwörter bekommen, Junge. Hier, warte, ich geb dir Steinblöcke. Nein. Du kriegst dich durch. Okay, wir tauschen, wir tauschen gleichzeitig, okay? Wir machen nur den Sinn. Ich geh jetzt, ich geh jetzt. Nein, geh weg. Ich geh jetzt einfach weiter. Lass mich in Ruhe. Stein! Nein. Nein. Wir tauschen gleichzeitig, okay? Vertraue mich. Ich hab wirklich nichts gemacht. Ohne wenigstens. Ich mach dich jetzt auch auf, okay? Du wolltest sehen, dann kommt eine gute Sache. Du hast einfach heute Pech. Hier ist ein Skelett, was fliegt. Heavy. Ach du Lügst, du hast irgendwas geändert oder so, damit du extra schlechte Sachen kriegst, damit ich immer wieder... Mann, meine ganzen Blöcke fliegen in die Luft, Stein. Nein. Ich bin im Wasser gefangen und ertrinke. Äh. Oh, Stein. Oh, ich hab keinen Bock. Mann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, okay. Komm, wir tauschen Seiten. Komm. Hier, ich tippe dich rüber. So, bitteschön. Wir tauschen Seiten. Kein Problem. Da sind noch sieben Blöcke, Alter. Egal. Die bringt dir eins. Was soll ich damit machen? Guck, ich krieg nur Glück. Hä? Ah. Verdient. Hä, wieso hab ich jetzt Pech? Ergibt keinen Sinn. Komm, ich hab immer Glück. Ich weiß das. Guck, ich hab Rüstung bekommen. Guck. Wie komm ich hier durch? Ich hab jetzt bei dir hier Rüstung bekommen. Ich hab keine Blöcke. Ja, geb ich dir. Warte. Gib. Mann, ich hasse Lucky Blocks. Das ist doch so dumm. Schnell, jetzt mach. Hab ich. Mann, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Das macht gar keinen Spaß. Das ist der schrecklichste Spielmodus der ganzen Welt. Du siehst, ich hab halt nur Glück, ne? Du kriegst die ganze Zeit auch nur Scheiß. Nein, guck. Du hast irgendwas eingestellt, das auf der anderen Seite irgendwie nur Müll ist. Du fabrizierst hier mal Lügen in meinen Videos. Alphastein, kann ich was zu essen haben, wenigstens? Moment, ich bin ja eingesperrt. Boah, ich hasse das. Ich hasse das so sehr, das hier spielen zu müssen. Wieso kann ich nicht einfach irgendwas anderes machen? Du hast irgendwas hier. Hör auf. Hier, guck. Ich hab Karotten bekommen. Videogames-Karotten. Guck. Die sind OP. Danke. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Alter. Danke. Junge Stein. Ich flieg jetzt ohne Ende nach oben. Weißt du, wie lange? Was? Okay, ich flieg wieder runter. Nein. Ich flieg voll langsam runter. Kein Ernst. Aha. Ich muss nämlich den Penis tun mir leid. So wie man sieht, ich krieg jetzt hier nur gute Sachen. Ja, das hast du so eingestellt, Alter. Genau am Ende halt. Nein. Bei mir doch. Natürlich hast du's gemacht. Guck, wieder was Gutes hier. Krasses Schwert. 500 Attack Damage. Du sagst mir hier, ich flieg dich an. Ist klar. Guck, jetzt ein OP-Bron. Äh. Ja. So viel dazu, Stein. Die ganze Map laggt, weil du mich angelogen hast. Äh. Wir können drüber reden. Wirklich. Nein. Du hast mich fascht und ich lass mich nicht fahren. Nein. Bist du Detektiv Conan oder was? Machst du deine ganzen Lucky Blöcke kaputt. Geht nicht. Die sind unzerstörbar. Guck, OP-Blöcke. Okay, ich geb's auf. Ja, okay. Du hast es geschafft. Du hast es herausgefunden. Wow. Ja. Warum machst du das mit mir? Warum? Warum? So. Bereits. Hallo doch dich. Let's go. Drei, zwei, eins. Boom. Nein. Drei, zwei, eins. Boom. Warum fliegst du? Warte mal. Hey. Komm zurück. Warum fliegst du? Wieso kannst du fliegen? Ich krieg dich. Das ist ja ultra OP. Ich hab Wagehack. Ja, toll. Ich sterbe aber nicht. Mann, Alter. Wie geht's dir, Ribi? Keine Ahnung. Ich hasse es hier gerade, das machen zu müssen. Guck mal, das ist wie die kreste Wagehack. Ich hab keine Waffe, mit der ich irgendwas machen kann. Yeah. Hey, du lebst. Ich hab Angst. Ich kann mich mit nichts wehren. Ich hab keine Waffe. Mann, ich hasse Lucky Blöcke. Das ist so ein Müll. Lucky Blöcke. Nein. Ich sterbe. Du stirbst nicht. Du lügst. Hör auf wegzufliegen. Hör auf wegzufliegen. Hör auf wegzufliegen, Mann. Bruder, ich hab einen Termin. Warte. Termin fährt. Hä, wie bist du gestorben? Ich hab mich umgebracht. Ich will das nicht mehr. Ich bring mich jetzt um. Nein. Doch, ich mach jetzt hier alles kaputt. Ich bring mich die ganze Zeit selber um. Wir müssen den Kampf hier richtig machen. Ich fliege immer weiter nach oben. Ich bin gebannt worden vom Server. Ja. Nein, du hast gekippt. Ich bin frei. Ich bin frei. Du kannst wieder drauf. Oh. Mein Alperstein. Mein Minecraft ist leider abgestürzt. Revi, komm. Es ist leider abgestürzt. Komm jetzt. Mann. Trink die Milch. Schnell. Ich will die Milch nicht trinken. Oh, ich werde schon wieder. Musstest du, sonst hast du gekickt. Trink. Hab ich. Sehr. Der Kampf ist ja nicht zu Ende. Nein, warte. Ich kann nichts machen. Ich kann dich nicht mal hinten, Alter. Mit deinen OP-Waffen. Guck mal, was du für Waffen hast, Junge. Du fliegst hierher. Moment. Ich werde die ganze Zeit gekickt, Mann. Kann ich was anderes machen? Ich will nicht mehr mit dir spielen. Okay. Okay, Moment. Hier, doch die Milch. Trink das. Ja, du musst dich hier einfach nur auskennen. Dann funktioniert alles. Ey. Bist du sterbisch? Ja. 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 Du Bot. Du Spott. Was für Bot, Junge. Oh, hast nicht getroffen. Oh. 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 2 zu 0, Stein. Oh, oh. Bin ich da gerade etwa am Rasieren, Stein? Oh, 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 oh. Alpha Stein. Hä? Möchtest du mir was sagen? Hä? Möchtest du mir eventuell was sagen? Vielleicht hast du ganz schön schlecht. Bist du in dem Spiel, hm? Junge, ich habe wirklich studiert. Ich weiß alles. Du hast gar nicht studiert. Du hast doch nicht mal im Leben. Geh weg. Cheater. Oh. Ja, jetzt fühlst du dich. Jetzt fühlst du dich. Du bist so easy, Junge. Du bist so easy, Stein. Du bist easy. Du bist einfach Stein. Du bist nicht Alpha Stein. Du bist einfach Stein. Du bist heute der Club Profi. Och, Junge. Nee, was ist das? Guck mal, ich habe Ribi. Warum hast du? Digga, ich habe... Oh, was machst du denn? Mann, Alter. Wie geht's dir, Ribi? Keine Ahnung. Ich hasse es hier gerade, das machen zu müssen. Guck mal, ich will gerade zu Ribi. Schaff. Bleibt gekickt. Bleibt ja für immer. Gut. Alles klar. Dann gehen wir, dann hören wir auf. Ich habe keinen Bock mehr, Stein. Ja. Das war's mit dem Troll-Video. Hat nicht so gut funktioniert, Leute. Aber ja, Leute. Klickt jetzt links oder rechts für weitere Videos. Schaut bei Ribi vorbei. Oder würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Sag tschüss für die... Noch mal. Bitte. Tschüss. Tschüssi.